Sie möchten die Noten am Bildschirm möglichst groß anzeigen oder möglichst viele Noten oder doch lieber exakt das Druckbild der Handy-Ausgabe sehen. Und zum Üben möchten Sie bei Klavier Kammermusik die Solo-Instrumente ausblenden. Schauen wir diese Features genauer an. Gehen Sie auf einer beliebigen Notenseite durch Fingertippen im Menü rechts oben auf das Einstellungen-Symbol. Hier können Sie den Bildschirmhintergrund zwischen weiß und hellgrau umschalten. Und hier haben Sie die Auswahl zwischen Print-Ausgaben-Layout und Benutzer definiert. Das Print-Ausgaben-Layout wird eins zu eins von den berühmten Handy-Ausgaben übernommen. Oder Sie können das Layout selber definieren. In diesem Fall können Sie den Raum links und rechts oder zwischen den Notensystemen vergrößern oder verkleinern. Wenn Sie Kammermusik üben, haben Sie eine weitere Möglichkeit. Hier können Sie keine überlegten Stimmen auswählen. Und in diesem Fall verschwindet die Violine. Und hier können Sie dann nur das Klavier üben, ohne die Violine zu sehen. Nur aufpassen. Manchmal gibt es bestimmte Texte, die dadurch verschwinden. Das nächste Feature ist Satzanfang auf neuer Seite. Wenn wir das ausschalten, dann sehen wir, dass das Scherzo mitten auf dieser Seite anfängt. Und wenn wir das einschalten, dann bekommt das Scherzo eine neue Seite. Und last but not least können Sie Ihre Musiknoten im Hoch- oder Querformat anzeigen. Einfach Ihr Tablet drehen. Bei einem kleineren Bildschirm ist Querformat besonders praktisch. Mit den vielen einzigartigen Features, die Musiknoten anzuzeigen, können Sie jedes Musikstück nach Ihren Vorlieben anzeigen lassen und dabei die bewährte Händequalität beibehalten. Viel Spaß beim Üben.